Der nächste Film freut mich persönlich besonders. Er wurde uns eingesandt von Pierre Garfier aus Frankreich. Und Pierre ist heute extra aus Frankreich angereist, um teilzunehmen am Kurzfilmfestival in Kofstein. Der Titel des Films ist Relativity Explained to Children. Und ja, wir freuen uns jetzt auf einen hoffentlich störungsfreien Film. Viel Vergnügen! Applaudissements Tu vas leur expliquer la théorie de la Relativité. Bon. On va prendre Maman. On va dessiner Maman. Tu la dessines en bas, à droite, c'est bien. Et bien, on va dire que Maman, c'est un gros train. Et surtout, n'oublie pas, à la fin de ton défi, avant de saluer, tu leur dis la formule magique. E égale MC2, E comme Einstein, M comme Mamie, C comme Corbeau, et D comme Papa et Maman. Redis-moi la formule. E égale MC2. C'est bien. C'est l'heure. Ça va? C'est bien. C'est bien. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.